Hello and welcome to the next episode SHELCHUK LIVE mit Hi Weh Target in Lukas Man Niklas, raus aus meine Hohen Tschüss, Alter die alle nur Gitarre ist es! NULL! Obwohl Lukas so schön sollte! Halt dich nicht jetzt trotzdem! Ja, wir sind gut! Ja, wie hätt' ihr euch da treffen sollen? Ich fahr kacke! Ich geh schon mal auf, okay? Tschüss! Ja, finde ich schon mal... Ich hab' noch nicht gemacht, das war gar nicht so gut! Niklas wird schnell oben! Jetzt kommt mein krasser AIM wieder! Oh, schuldig! Ich werd' mir niemals daneben kaufen! Throwing Star heißt das Ding! So, trotzdem, ich werd' trotzdem niemals daneben kaufen! Oh, das macht echt Spaß jetzt! Egal, ich hab' Lukas... Nein, Portugan! Komm, quit, quit, quit! Ja! Palme! Du gingst ja echt auf die Palme, mich! Halt die Klaffe! Komm Lukas! Was kommt da noch mit Flame an? Und mich trifft er! Mich auch! Niklas auch! Ja, ich trifft das! Mich hätte zehn! Klaffi, magst du Katzen? Oh nein! Der Lukas, der mag Katzen! Einer hat dich gemocht! Ja! Einer hat mich nicht! Ich glaub, ich krieg' das zu schlecht! Der fehlt uns! Ja! Tommi, ich nicht! So krass, den ich hab' ich gelamilt! Ich schon! Ja, drum wird voll! So wie kurz! Mir fehlen noch vier! So, ein 75er, ein 49er und ein 18er! Ja, ich bin natürlich der 75er! Oh, Klaffi, den Klärme seh' ich! Was hab' ich? Das ist kein Klärme mehr! Willst du meinen? Oh, gerne! Ich bin eigentlich Klärme vom Kumpel zwei getreten! Die sind netter als ihr beide! Das ist okay! Nein, und einer ist wirklich... Ne, einer ist wirklich schon mal über 8! Schieß doch! Boah, jetzt hat der nicht geschlossen! Echt? Ja! Ja! Hey! Wer sollte jetzt... Du warst dran! Uh! Mega-Bilder oder Greenade! Ich glaub' das jetzt, das war mein Liebling dann! Warte, ich hoffe, dass das jetzt wird! Wenn das trifft, dann fühle ich mich wie das Boss! Hmhm! Komm schon Boss, schieße! Ja, das trifft nicht! Scheiße! Doch! Ne, doch nicht! Und... Hätt' ihr antippen können! Ich hätte ihr antippen können! Alles keine Ahnung! Doch! Ich krieg neunziges Damage... 120! Neunzig waren zu wenig, Flavir! Ja, nicht zu wenig! Und, der Berg muss nicht leiden. Das war nicht der Berg! ich war nicht der wettbewerber nicht mehr zu mir doch noch wie ich habe ich bin mega Bilder oder er erst wird natürlich das kommt jetzt angeflogen und Fluffy's schließen erst so ein Weg und daneben ja die trifft sogar ich war noch 40 so als kitzel ist er flach hier und klar sind gerade erst da sein das ist Barclay aber sieben Dämmich ja das war ein in der Welt wird es schwingt das war klar das war noch was war mir noch um in der Mauer mit dem Grund für die Füße hier in der Mauer da jetzt in der Zeit nicht mehr treffen nur im Sohn alles in Bekole ich weiß nicht mehr die Bedeutung und ja aber ich bin los der Pärten der das ist ich hab hier getötet mit so einverhältnis die neuen weiter was denn ich habe ich was aber ich habe ich der Bekunde alle tagen mich wieder Hälfte flottagenten der gröner fast los rute ich glaube ich habe niklas rute ja und das weg und neben ein paar wer hat das auge mit los und jetzt habe ich das ist wirklich allergischen bananen nicht nur der menschen kriegt ein spiel ist allergisch und das hat sich freut und scheiße mit schnitt lassen wir müssen auf lukas wieso ich habe jetzt gerne machen hätten wir als wir noch mehr ja ist so und ein ist total wenn du dadurch hieß was ich jetzt abgeschossen ich will mal einen kraft der zwischen mir und lukas sehen obwohl lukas Ege beteiligt noch vorhin das habe ich ja obwohl es klappen treffen ist beste hier 70 damage was habe ich das 70 ist der jetzt kommt das mit 100 damage hihihi hihihi jetzt habe ich selber dann erschicken ähm kippe komm ja niklas 3 ich glaube ich könnte auch erwischt werden Prozent n weg von mir weg von mir weil wir sind in der Nähe die 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 ich bin 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 aber dann ich habe fast eine Runde so ist es ich bin ja auch das war so wie er nur noch dieses dunkle ding hat er in der barter rasiert das war gar keine magst du spinnen nein 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 jetzt habe ich was verloren Lukas, du musst in das schwarze Loch schießen. Nein, ich habe einmal... Sonst noch ein Gewinnstuch. Also entweder frisst du das schwarze Loch oder Niklas, aber... Ich glaube, der Boden bringt jetzt wenig. Tschüss. Nein! Ich habe ge... Nein, das muss irgendwie. No wist, no fun. Let's go. Troppo. Nein! Was? Hallo, guck mal, was vor mir ist. Niklas, töte ihn, damit er sich bekommt. Er feiert. Fadi! Fadi, damit Niklas stirbt. 1 HP! Okay. Und ich bin Armour. Das werde ich auch mal mitbekommen. Jetzt hat er 31 Leben. Hm. Hm. Der hat 20! Joi, komm mal so, mach ich. Guck mal, was Niklas... Nein! 733 Gämm. Ja, ist klar. Ich kann sie mir selber killen jetzt. Ich habe nicht mal 100 damit. Wöde! Wöde! Yin-Yang hast du einfach. Komm! Den Füß, den Füß, komm! So knapp. Ja, was auch scheiße. Ja, gehen doch jetzt als mehr zu gehen. Komm! Nein! Nein! Damage! 9! Ah, ab! Okay, ja, das ist so. Ey, du warst sechs und würzig jetzt gewinnt eher. Wer gewinnt. Tschüss. Nudla. Alter, ich kennst das so wenig. Ich habe mega Fluffy. Ich habe das so gewonnen. Wirklich. Oh nein, jetzt kommt die Scheißmusik! Ich habe sie mal Damage gemacht, Fluffy. Ja, ich habe den A10... 100 irgendwas. A10 130, ja. Mega Bilder! Nice! Keine heutige Upgrade-Folge. Oh! Kitties! 1 für 1 Rasier. Ich habe keine Lust mehr. Tschüss! Wie lange machst du diese Aufnahme noch? Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Mach mal, äh, vier, ähm, Non-Mode. Keine. Ja, hier, hier ist es wichtig. Muss ich bereit klicken? Ja. Niklas. Du musst dich nicht auf... Ne, Lukas. 600 HP. Ist besser so. Dann kann man länger spielen und dann kann man noch die Aufnahme beenden. Aha Lukas, du musstest uns auch bereit klicken. Doch, musst du. Ah Mann! Warte mal, was er mir für was? Ey, kannst du mir da weggehen, Alter? Ja. Ich tue dir nicht weh. Äh, doch, jetzt hat er zuerst Stress. Ja, ich kann, er ist spät. Ich hier hab Flo und Lukas. Erstmal zu stress, ne? Nee, nee, nicht jetzt hier. Okay, wir gehen jetzt doch Lukas. Ich hab dir sehr mitgemacht. Oh, Gott. Hm. Könnt ihr ver- Oh! Als ob! Es hätte euch wirklich ge- Hast du grad Boat-Fall den Sportl genutzt? Ja. Hat der. Bitte Verschwendung, ne? Nein, nicht mit Boat. Frank. Ja, ist klar. Soll ich Flo oder Niklas schießen? Ja, kein. irgendwann hoffen neben dem mannig das nicht das hat doch voll erinnert das hat noch von ab flug da haben wir schon getroffen der aber noch von api nur vorgabend man kann auch nicht kräftig mit einer Lieblingssache erst mal heute nicht nur um es habe ich beide abgezogen sich treffen der Lieblingssache okay nahe ich habe diese dazu noch mal ich hab ihn doch nicht nur ich noch mal Flügel wollten nein ich wollte machen das Blutten doch getroffen Pro o nein was aber uns guck mal so so er hat ja mehr als wir ich habe 300 mit mir zu verkürt bloß das würde ich glaube ich das ist ich für ich 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 die das war Lackmann ähnlich dass es hinter dir wurde mit dem nachgeladen würde ich auf dem Anfang ich bin er ist ein Führer der Urschweiß ist ganz gut er bei meinem Lack 3.1 4 4 Uwachen 2 in der Städte mehr als gar nichts ein Blut 5 ja ich habe noch ein davon da war die Klappe tötet nicht jetzt. Nichts. Nichts. Mit Z-Tech einfach. Der nützt hier alles grad. Sehr wunderschön. Boah guck mal was für ein Zufall. Ich hab genau 500. Okay jetzt hab ich 440. Äh 60. Guck mal der hat 325. So wie kann ich es euch am besten treffen. Hey jetzt müssen wir auch flogeln. Die meisten. Niklas geben jetzt gegen Flügel. Niklas. 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 Niklas hat wenigstens mehr verleicht. Niklas. 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 Er hat uns. Ganos. Konkettlar. Schocks. Dükens. Er weiß nicht was ich hab' für eine Wasser... Man��ung. Ja wo ist noch hab'. Mann. Ohn. war ein weiterer Teil aus dem Arsch als Waffel habe ich irgendwo noch Flächen, ich habe aber Quicksand Sand aus seinem Arsch Mann zu liebelst weh, Auer Niklas, was machst du da? hm, ich will dir was machen können doch warte mal, ich kämp' das noch treffen du weißt, dass ich da dran bin ok, Niklas, geh mal bloß trinkel, trinkel die sind nicht jetzt nach dich zu stehen, hochgeschossen, wenn Niklas tot was war das, Alter? mit uns zirten oder was? die sind nicht so die sind da boah, das ist gemein, geil wie viel dem hat er noch? 38 übrigens der Niklas? der Niklas? 38 macht irgendwas Flächen, der warte, das ist nochmal Warte, das ist ein paar Waffen, kannst du mal gucken nach dem Arsch nach dem Ort um nur ja ich habe noch lebt gewohnt er ich glaube ich wollte das aufgenommen hast du keine Achtung gemacht oder ist noch Niklas hast du uns grad verarscht scheiße mit das Ding moment mehr hat mich an der Tür also so abgeschabt das ist ja der Stärken stattdessen in der Nähe sind und klar bei der Zeit ich hab gewonnen. Dann bedanke ich mich zu schon, bis nächstem Mal, ciao, ciao. Tschüss.